Immer noch dieser Kampf. Wie kann man, wie, wie nehme ich denn jetzt raus, am geschichtesten? Nimm dich da weg. Kann ich nicht, warum, ich muss da hin gehen. Hm. Oh, schade. Au. Nur los ist das erste Mal dran jetzt. Ja, Fagis ist gleich tot. Mhm, hab ich gesehen. Ähm. Wir sehen uns aber erst mal. Greifen und stören. Hast du noch, äh... Nee, hast du nicht. Alter, Fagis muss da weg. Wenn der große Klatscher kommt, ist der Fagis tot. Der kann sich zur Not noch weg teleportieren, wenn er noch die Zeit hat. Ja, das ist gut. Auch gut. Ah, jetzt mag ich lose. Ich würde jetzt mit Prinzen zu euch gehen und mal eine Runde Schutz schmeißen. Ich würde jetzt mit dem Muff. Dann gibt mir noch den Muff. Aber ich gehe mit. Ja, ich habe zu Gott versucht. Ich fagis noch was. Was ich noch kannst. Ich hab noch einen. Wo kommt der jetzt her? Lauf ein bisschen vor. Lauf ein bisschen vor bitte wieder in dem Ding. Ich könnte dich noch mal heilen. Nein, nein, lauf vor. Wenn der Hund herkommt, rieche ich Flächenschaden. Lauf ein bisschen weiter weg. Der mag die Stinkenechse nicht. Ja, schön. Der hatte schon null Rüstung übrigens. Ich wollte es noch mal betonen. Okay. Warum ist der niedergeschlagen? Aus welchem Grund ist der jetzt umgefallen? Das ist mir auch ein Rätsel. Kannst du, treffst du ihn noch, den Hund? Ich kann den Bogenschützen auslöschen. Nein, der Bogenschütze kommt gleich wieder. Ein Glück hat sie noch Rüstung bekommen. Na komm. Hallo. Ja, fein. Was mach ich jetzt? Eingeschlafen. Hm. Den ganzen Fähigkeiten bringen in gewisser Hinsicht nix, weil der ganz viel schützt. Du kannst eigentlich, das Beste was du machen kannst, ist buffen gerade, glaube ich. Heilen buffen im Schutz. Keine Buffs. Keine Buffs. Oder den Bogenschützen. Der hat nicht mehr ganz so viel Magie-Schutz. Ja, der kommt halt wieder recht schnell. Das ist ja das Womblame. Das kann Sinn, wenn der was sich machen kann. Da ist noch eine Heilung drauf. Der heilt den Humpf nicht wieder. Hm. Okay. Okay. Schutz, bitte. Leben, bitte. Okay, was kann ich damit tun? Ähm. Er ist nicht. Dann kann ich das nicht tauschen. Unbindliches Ziel aber auf den Boden legst, wenn man es mal sucht. Ja. Der Hund ist gegen Luft nicht resistent. Der Hund liegt. Das bedeutet, du bist dran vor allen anderen. Du hast noch eine Heilung, wo du kriegst. Von wem? Von Prinz. Von der Regeneration. Achso. Prinz kann auch heilen. Was hast du gesagt? Was ist denn nicht so... Luft? Was ist denn? Das hat gut funktioniert auf jeden Fall. Das war aber top. Der war nicht in Reichweite aber ist ja egal. Ich hab alles möglich umgeschmissen. Ich hab alles möglich umgeschmissen. Ja guck, jetzt hast du da auch die Magie runter. Jetzt noch ein bisschen was luftiges und hast ihn schön geärgert. Was? 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 Guck mal wie der kurz um die Heilung beim Prinzen aussieht. Die Heilung beim Prinzen? Der kann auch mal heilen. Der hat. Der kann. Der kann heilen. Die Heilung ist nämlich lose. Der steht schon wieder. Ja klar. Liegt nur eine Runde. Aber Hundi ist gefroren. Das ist gut. Ich glaub, da machst du jetzt am besten weiter. Nee, mach nur einen Hit drauf. Aber ich hab kein Ding mehr. Ich hab noch 72. Ich dreh dich mal rum mit deinem Skelett, ja. Ich kann dich nicht verm- warum bist du ein unruhliches Ziel? Ja, zu schwer. Ja. Geht's nicht. Nee, ich kann dich nicht. Nee, ich mach. Guck mal. Hä? Was ist jetzt passiert? Was passiert ist, du bist dran. Ich bin ready. Ach Mist, hab ich nicht getroffen. Hier, tschüss. Au. So ein Drecksack. Oh, der Darmbrust. Mach mir mal die Armbrust hübsch. Ich speichere erstmal. Wir machen heute nicht mal weiter. Es ist mir schon ein bisschen spät gerade. Ja. Obwohl. Ah, ich hab vorhin erst angefangen. Zehn Minuten müssen wir noch. Was gibt's da? Wenn du dir sicher bist, dass da kein großer Kampel kommt. 36 bis 38 und 6 bis 7 Wasser. Kannst du dir mal angucken? Ja, zeig mal. Ganz ähnlich. Ah. Hm. 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 Ich geb damit die Pfeilsalbe dann ab. Aber ansonsten. Die. Diesen magischen Zauber. Ähm. Die Opfer sind schon benutzt. Null. Jetzt ist auch gemacht. Lass uns noch weiterlaufen. Hm? Lass uns noch ein bisschen weiterlaufen. Ja. Ich hoffe, dass da keine mächtigen Gegner mehr kommen. Halt da nicht mal hoch. Kann ich auch Türen öffnen und Säge öffnen? Äh. Äh. Türen weiß ich nicht sehr. Kann ich sagen. Äh. Ich will erstmal nur den Weg suchen. Ist das ein Toter? Wer steht denn da? Maskierter Diener. Bitte keinen langen Kampf mehr. Äh. Es dürfte hier erstmal kein Kampf mehr sein. Ja. Wenn wir hier... Was ist der Weg? Ja. Ich hätte uns einfach hier vorne hingestellt. Wo du erstmal mal einen Hund mit dem du reden kannst. Hm. Ich hoffe, das ist ein anderer Hund. Rosti ist das. Was? Rosti? Rosti der. Rostiger Rosthund. Ich speichere nochmal. Achtung. Du kennst den Hund aus der Stadtstelle in Driftwood. Die Wälde von seiner weißen Farbe, ein Heilungswälder. Oh, hallo! Wie geht's? Ich bin gut. Hey. Hörst du das? Es riecht wie ein Fischplatz, oder? Wie ein Fisch. Nur äh... Schmerzt. Okay, tschüss. Zeit und Elemente haben diesen Grafmarker nicht gegeben. Dieser Grafmarker ist alt. Was immer im Namen der Zeit und die Elemente haben diese Grafmarker nicht gegeben. So, hier würde ich jetzt ähm... Wenn wir hier durchgehen, ist vor allem wieder ein Kampf. Ne. Jetzt wollen wir noch. Kann man nicht noch ein bisschen stübern? Ich glaub wir haben den grad schon wieder getriggert, aber... Ah. Hier ist der Ort. Wie? Ich will nicht, dass hier was losgeht. Ne. Wir leben noch. Wir laufen nicht weiter vor, aber bleib hier hinten stehen. Bleib hier hinten stehen. Bleib hier hinten stehen. Und du trinkerst den Kampf mit deinem Raum. Wo ist denn der Prinz? Oh. Wo ist der denn? Der ist noch im Kampf. Äh, ich meine der steht noch beim alten Platz. Dann holen wir mal her, oder? Ja. Dann hol ich die noch ran. Machen wir heute mal eine etwas kürze Aufnahme. Mal nicht 40, 50 Minuten. Äh. Gibt's noch irgendwas anzuziehen? Irgendwas zu identifizieren? Was ist das denn? Achso. Ach, der kommt von oben. Schön. Gut. Ich mach jetzt mal eine kleine Pause. Probieren noch. Na schön. Aber jetzt schmeiß ich den. Ja. Boah. Du bist doch mal dringend. Na gut. Na gut. Vielleicht sieht's auf der Karte aus. Uff. Ja, so ein kleines Stückchen fehlt da noch, würde ich sagen. Sind wir jetzt eigentlich in Kapitel 3 oder 4? Weiß ich nicht. Steht nicht fest. Flucht. Gott erweckt. Es müssen hier 4 sein. Ja. Hier sind die Chroniken. Hm. Ja. Dann mach ich erst mal ein kleines Präuschen. Bis zum nächsten Mal. Ja. Tschüssi.